Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich hatte ja schon mal in einem Video alle meine Udemy-Kurse vorgestellt. Da sich jetzt das Gutschein-System geändert hat, update ich das Video jetzt nochmal. Das heißt, ich stelle jetzt gleich meine Kurse vor und in der Videobeschreibung ist immer ein aktueller Gutscheincode hinterlegt mit dem aktuell bestmöglichen Gutscheinpreis. Das heißt, in der Videobeschreibung sind die ganzen Links hinterlegt und dort steht auch, für wie viel Euro ihr den Kurs aktuell erhalten könnt. Wer überhaupt nicht Bescheid weiß, Udemy ist eine Online-Plattform, wo halt Personen Online-Kurse erstellen können zu diversen Themengebieten. Ich habe mich da jetzt aufs Programmieren und das Machine Learning konzentriert und diese Kurse möchte ich jetzt einmal vorstellen. Ich bin jetzt hier gerade auf meinem Dozenten-Profil so gesehen. Wie ihr seht, habe ich derzeit neun Kurse hier aufgelistet. Davon ist aber ein Kurs in Kooperation entstanden. Das heißt, dieser fällt raus und ein Kurs von mir ist kostenlos. Das wäre ein Einsteigerkurs in die Python-Programmierung. Ansonsten auf die anderen Kurse gehe ich jetzt mal ein und da beginnen wir bei dem ersten Kurs. Das wäre ein Einsteigerkurs in die C-Programmierung. Das heißt, das richtet sich an Einsteiger in die Programmierung im Allgemeinen oder an Leute, die vielleicht schon Erfahrung in anderen Sprachen haben, aber sich jetzt mit der C-Programmierung auseinandersetzen wollen, weil sie es zum Beispiel für den Beruf, für die Schule, für die Uni oder sonst wie brauchen. Das heißt, dort werde ich in ca. knapp 13 Stunden, sage ich mal, auf die wichtigsten Eigenschaften der C-Programmierung eingehen. Alle meine Kurse sind so aufgebaut, dass ich immer am Anfang zeige, wie die Software installiert werden muss für Windows und Linux in der Regel. Für Mac habe ich in der Regel auch noch Materialien hinterlegt, damit das funktioniert. Dann werde ich zeigen, was sind die Basics in der Programmierung jetzt hier bei C und über den Kurs verteilt wird es immer wieder Aufgaben geben, wo ich halt Musterlösungen vorstelle und es gibt immer wieder ein paar Quizfragen, wo das Wissen abgefragt wird. Generell, wenn ihr mal in der Videobeschreibung auf den Link klickt, habt ihr ja noch nichts bezahlt oder so, keine Angst, ihr werdet nur auf den Kurs weitergeleitet mit dem aktuellen Bestpreis und dann könnt ihr euch hier sehr gerne nochmal durchlesen, wie der Kurs aufgebaut ist. Ihr könnt euch die Bewertung von Teilnehmern durchlesen, die im Kurs sind und ich habe auch zu jedem Kurs hier ein kleines Intro-Video hinterlegt, so ein kleines Werbevideo, sage ich mal. Das könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen. Das heißt, mein C-Kurs umfasst einfach alle wichtigen Features und ich finde, ich gehe auch wirklich auf die wichtigsten Themen wie Zeige auch ordentlich ein, dass man diese auch dann am Ende des Tages verstanden hat. Dann mein nächster Kurs ist mein C++-Kurs. Den habe ich genannt, praxisnahe und moderne C++-Programmierung. Das heißt, ich finde mein Alleinstellungsmerkmal von diesem Kurs, im Gegensatz zu vielen anderen Tutorials im Internet ist, dass ich wirklich nicht nur die Basics erkläre, sondern auch wirklich sehr detailliert und anschaulich erkläre, wie jetzt wirklich eine moderne und praxisnahe C++-Programmierung aussieht mit den Features aus C++ 11, 14 und 17. Also wirklich die neuesten Features werden erklärt, warum man diese einsetzen sollte, wie diese funktionieren und wie diese den Code verbessern. Das heißt, in diesem Kurs zeige ich innerhalb von 25,5 Stunden die wichtigsten Features der C++-Programmierung. Das heißt, wir werden kleine Programme schreiben, wir werden sogar eine GUI-Programmierung machen, also eine kleine grafische Oberfläche, wo wir ein kleines Computerspiel programmieren. Wir werden zum Beispiel eine Matrix-Klasse nachprogrammieren oder eine Vektor-Klasse. Wir werden uns einfach anschauen, wie einfach eine moderne C++-Programmierung aussieht. Wieder in der Videobeschreibung zu dem aktuellsten Bestpreis vorhanden. Dann mein nächster Kurs ist mein Machine Learning Komplettkurs, in dem ich euch eine sehr detaillierte Einführung in das Supervised und das Unsupervised Learning gebe. Und was an diesem Kurs besonders ist, zu vielen anderen Tutorials im Internet ist, dass ich nicht nur zeige, wie man das jetzt mit drei, vier Zeilen in irgendeiner fertigen Bibliothek verwenden kann, sondern wir werden die meisten Verfahren auch selber programmieren. Denn ich finde, nur wenn man etwas mal selber programmiert hat, versteht man wirklich, wie das Verfahren funktioniert und dann versteht man auch, wann sollte man das einsetzen, wie kann man das optimieren, wie kann man einfach zu einem bestmöglichen Modell kommen, um das Problem zu lösen, was man selber besitzt. Und das werden wir anhand von sehr, sehr vielen verschiedenen Datensätzen, also Problemstellungen erlernen. Und da werden wir sehen, wie man Einzelverfahren auch optimieren kann, wie man diese kombinieren kann und wann man überhaupt was einsetzen sollte. Das heißt, der Kurs befasst das alles in circa 18,5 Stunden. Ebenfalls gebe ich dort noch eine kleine Einführung in die künstliche Intelligenz mit dem Reinforcement Learning. Dazu habe ich aber gleich nochmal einen ganz eigenen Kurs. Ja, als nächstes habe ich hier meinen Deep Learning Kurs. Dort zeige ich euch mit Python und der Bibliothek TensorFlow, was ja die State of the Art Neuronale Netzwerk Bibliothek von Google ist, wie neuronale Netzwerke funktionieren. Und dort werden wir wieder auch viel selber programmieren, damit wir wirklich verstehen, wie es eigentlich unter der Haube funktioniert. Dabei jetzt aber keine Angst haben und gerade auch nicht. Es wird jetzt von keinem erwartet, dass er jetzt der größte Crack in der Mathematik ist. Solange ihr vielleicht wisst, was eine Ableitung ist, ihr müsst die jetzt auch nicht selber berechnen können. Solange ihr eine Vorstellung habt, was eine Ableitung ist und was eine Matrix ist, reicht das in der Regel auch schon aus. Ansonsten, die Theorie, die ich zeigen werde, die werde ich immer anschaulich mit Grafiken erklären. Das heißt, ihr müsst da jetzt nicht irgendwie selber Rechnungen machen und dann daran verzweifeln, dass ihr eine Ableitung nicht hinkriegt, sondern wir werden wirklich praxisnah gucken, wie funktionieren die Netzwerke, wie sind die aufgebaut. Und dann werden wir auch sehen, wie kann man die einsetzen, um echte Probleme zu lösen. Dabei behandle ich sehr, sehr viele Datensätze, wie in meinem Machine Learning Kurs von gerade auch schon. Wir werden sehen, wie man Zahlen auf Bildern erkennen kann, wie man Autos oder Flugzeuge erkennen kann oder Hunde und Katzen. Wir werden einen Datensatz haben, wo wir Fahrzeiten voraussagen können von Taxis oder Hauspreise in Kalifornien. Also wirklich super viele Einsatzgebiete, wo man sehen kann, wie man Netzwerke einsetzen kann, wie man diese verbessern kann und so weiter und so fort. Ja, dann ein etwas erweiterter Kurs wäre mein Deep Learning generativer neuronale Netzwerke Kurs. Dieser setzt jetzt nicht voraus, dass ihr meinen anderen Deep Learning Kurs von gerade belegt habt. Also alle meine Kurse funktionieren so, dass sie unabhängig von den anderen Kursen sind. Das heißt, ihr könnt auch nur diesen Kurs belegen. Wenn ihr aber sowieso beide Kurse belegen wollt, würde ich euch empfehlen, zunächst den Deep Learning Kurs zu belegen, den normalen und dann den mit den generativen neuronalen Netzwerken. Das ist aber euch, wie gesagt, selbst überlassen, weil alle Kurse arbeiten oder beinhalten alle Themen, die für den Kurs relevant sind. Das heißt, in diesem Kurs wird auch alles eingeführt und behandelt, was für diesen Kurs nötig ist. Das heißt, alle Kurse funktionieren auch alleine. Und in diesem Kurs behandle ich generative neuronale Netzwerke. Diese können zum Beispiel täuschend echte Bilder generieren. Das werden wir uns anschauen. Diese werden aber auch eingesetzt, um zum Beispiel künstliche Musik zu generieren, die aber wie menschengemachte Musik klingt. Das heißt, dafür können generative neuronale Netzwerke eingesetzt werden. In circa neuneinhalb Stunden werde ich dort alles zeigen, was es gibt. Ebenfalls werden wir dort auch sehen, wie man zum Beispiel neuronale Netzwerke angreifen kann. Das heißt, wie kann man einen Angriff auf ein Netzwerk ausführen, damit das Netzwerk einen falschen Output generiert. Das werdet ihr sehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Netzwerk haben, was Hunde oder Katzen erkennen kann und ihr gebt dem ein Bild, wo ein Hund drauf ist, kann ich euch zeigen, wie man das Netzwerk dazu bringen kann, dass es sagt, dass es eine Katze wäre, was auch super interessant ist. Dann zu dem letzten Kurs, den ich jetzt hier vorstellen möchte. Das ist mein Artificial Intelligence Kurs. Das beinhaltet einfach so gesehen eine KI, die wir selber programmieren, um zum Beispiel kleine Computerspiele zu lösen. Das heißt, in diesem Kurs werde ich euch zeigen, wie kann man so einen Agenten, nennt sich das, trainieren, der dann zum Beispiel Atari-Spiele spielen kann oder generell irgendwelche kleinen Spiele spielen kann und diese versteht, ohne dass wir ihm sagen, wie er das spielen soll. Also der kommt selber darauf oder kommt auf eine eigene Intelligenzstufe, sag ich mal, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert und wie er das Spiel möglichst gut spielen kann. Das werde ich dort in circa, sagen wir mal, knapp zwölf Stunden erklären. Auch wieder mit vielen verschiedenen Beispielen und vielen verschiedenen Algorithmen, die es da in den letzten Jahren gibt. Das heißt, da sind jetzt auch wirklich State-of-the-Art-Verfahren und das ist auch wirklich ein sehr, sehr spannender Kurs, damit man mal sehen kann, ja, weil man hat vielleicht schon mal irgendwie gehört, es gab irgendwie eine KI von Google, die hat irgendwie den Weltmeister in Go besiegt. Aber wie funktioniert denn sowas unter der Haube? Das möchte ich da ein bisschen erklären und euch zeigen. Ja, und das waren jetzt die Kurse, die ich jetzt erstmal vorgestellt habe. Ich habe zu diesen Kursen dann, wie gesagt, in der Videobeschreibung einen Link hinterlegt. Ja, in diesem Link ist dann angegeben, wie teuer der Kurs zu dem aktuellen Zeitpunkt ist. Ansonsten möchte ich mich bedanken und ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns ja in einem der Kurse wieder. Ansonsten mit Sicherheit bei einem nächsten YouTube-Video und würde ich sagen, haut rein. Bis dann. Ciao.